Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir uns mit den Arbeitsebenen und der damit verbundenen Clipbox beschäftigen. Aus genau dem Grund habe ich hier auch schon mal OpenGL Arbeitsbereich eingeschaltet, weil ohne OpenGL Arbeitsbereich kann man keine Clipbox bekommen. Als Projekt habe ich hier ein Projekt von einem Kollegen bekommen. Wir sehen hier eine Halle, hier werden Materialien gelagert, hier stehen Fahrzeuge und hier rechts ist noch ein geschlossener Bereich. Hier sollen wahrscheinlich noch Tore rein, aber der Teil hier, der interessiert uns in diesem Video gar nicht. Wir gehen mal hier etwas näher her zu diesem Pfosten. Wir wollen zum Beispiel dieses Stahlblech noch bearbeiten oder andere Dinge bearbeiten. Jedenfalls sagen wir mal, wir wollen hier um den Pfosten drum herum etwas tun und wir sehen jetzt hier aber noch eine ganze Menge andere Materialien und Bauteile, die uns eher im Weg sind. Also eine Clipbox und eine Arbeitsebene hier für das Stahlblech wäre ganz praktisch. Aus diesem Grund rufe ich jetzt mal die Funktion Ansicht Schnitte, Arbeitsebenen und Darstellung Arbeitsebenen Clipbox auf, die 924. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass wir hier keine Dialogbox mehr haben, sondern eine andockbare Palette. Wir haben hier die üblichen Favoriten, wenn man sich Einstellungen speichert und wir haben hier die Pinnadel zum Andocken und hier die Funktion, um diese Funktionsleiste hier umzuschalten. Ich wähle erstmal die Pinnadel und docke mir diese Palette unterhalb meiner Darstellungsschaltung an. Und jetzt habe ich alle Einstellungen für die Arbeitsebenen und die Clipbox jederzeit verfügbar und kann die jederzeit ein- und ausschalten. Und wir sehen hier zum einen Mal einen Schalter für die Clipbox, wir sehen hier einen Schalter für das Raster und wir können hier auch die Transparenz einschalten. Die anderen Schalter, die werden wir gleich sehen, wir benötigen zuallererst mal eine Arbeitsebene. Die Arbeitsebenen könnten wir natürlich nach wie vor über die bekannten Wege hier einstellen, anlegen, horizontal, vertikal, beliebig oder an der Bauteilachse. Aber wir wollen hier einen neuen Weg uns anschauen und zwar sehen wir hier einen Schalter Bauteile für Clipbox. Den klicke ich jetzt mal an und wähle hier diesen Pfosten. Maus rechts verendet der Auswahl und sofort reduziert das Programm die Situation hier auf eine Arbeitsebene, die hier entstanden ist. Und wir sehen jetzt hier auf der linken Seite in der Gebäudenavigation, hier sind zwei Arbeitsebenen entstanden, entstanden und zwar Bauteil von vorne und Bauteil von links. Ich kann die Arbeitsebene von hier aus wechseln oder ich kann die Arbeitsebene hier diese Orientierung hier einfach durchschalten. Von vorne, von links, von vorne, von links. Also einmal hier mit diesem Rockerbutton oder hier wie gewohnt in der Gebäudenavigation. Und jetzt können wir eben auch hier die Clipbox ein- und ausschalten. Wir können hier das Raster ein- und ausschalten und wie gesagt die Transparenz einschalten. Diese Schnittkanten schauen wir uns auch gleich näher an. Wenn wir hier mal etwas näher rangehen, sehen wir jetzt hier die Bauteile abgeschnitten. Wir können auch mal etwas rumdrehen. Hier sehen wir jetzt in das Bauteil rein, aber wir sehen hier vorne keine Kanten. Wenn ich jetzt diese Checkbox einschalte, dann sehen wir an den ganzen Schnittflächen auf einmal Linien, auch hier vorne an den Sparren sind Linien entstanden. Da gehen wir dann aber nachher noch mal etwas genauer drauf ein. Jetzt wollen wir uns zuallererst mal weitere Möglichkeiten der Arbeitsebenen hier anschauen. Und wichtig ist zu wissen, dass diese Arbeitsebenen, die hier eben entstanden sind, nur temporäre Arbeitsebenen sind. Deswegen steht hier auch in Klammer Bauteil davor. Wenn ich Bauteil für Clipbox abwählen sage, dann verschwinden diese Arbeitsebenen hier auch wieder. Der Schalter hier unten ist deaktiviert. Es gibt nichts mehr zum Durchschalten und wir sehen wieder alle Objekte. Wenn ich jetzt als Beispiel mal einen anderen, ein anderes Bauteil nehme, zum Beispiel die Pfette hier links von unserem Pfosten, Maus rechts für Ende und dann sehen wir, wir haben eine vertikale Arbeitsebene und wir haben eine horizontale Arbeitsebene. Bei dem Pfosten hatten wir eben im Grunde zwei vertikale Arbeitsebenen, aber in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Ich wähle diese Pfette auch wieder ab und nehme jetzt mal ein anderes Bauteil, sage wieder auswählen und nehme hier diesen rot markierten Sparren, Maus rechts für Ende und jetzt sehen wir auf einmal drei Arbeitsebenen. Wir haben die vertikale Arbeitsebene, die wir hier gerade sehen. Wir haben eine geneigte Arbeitsebene in der Neigung des Bauteils und wir haben eine Arbeitsebene Bauteil abgegratet, weil dieser Sparren hier eine Abgratung bekommen hat auf der Oberseite, haben wir jetzt auch eine Arbeitsebene bekommen, die genau in der Abgratungsfläche dieses Bauteils liegt. Auch diesen wählen wir wieder ab. Wir wählen wieder unseren Pfosten, Maus rechts für Ende und haben jetzt hier den Pfosten schön groß am Bildschirm. Wie gesagt, Clipbox ein aus, wir haben hier Raster ein aus, die Transparenz, die Schnittkanten können wir hier ein und ausschalten. Und ja, wofür sind jetzt diese Schnittkanten gut? Ich rufe zum Beispiel mal die Messfunktion auf. Das gilt aber auch für jede andere Funktion, mit der ich irgendwelche Punkte wähle. Wenn ich jetzt hier auf die Linie drauf fahre, da auf die Kante des Bauteils, dann hat das Bauteil oder diese Kante nach wie vor ihre Originallänge und ich fange hier auf der rechten Seite diesen Endpunkt, obwohl ich ja viel näher an der Schnittkante bin. Und wir sehen, auch die schwarze Linie läuft hier links aus dem Bild raus. Die Kanten haben also noch ihre echte Länge. Das kann in manchen Fällen sehr hilfreich sein. Wir können ja auch hier mal drauf fahren. Auch hier sehen wir das, einmal die Originallänge hier unten an der Traufe und die Linie läuft nach hinten weg. Fahre ich aber mit der Maus direkt hier auf diesen Punkt drauf, wird jetzt auf einmal der Endpunkt dieser Schnittkante gefangen. Wir können also diese Schnittkanten, die wir jetzt hier an den Schnittflächen bekommen, zum Fangen von Punkten verwenden. Und das ist dann auch wieder eine sehr große Hilfe, weil früher, bevor es diese Schnittkanten nicht gab, hätte man diesen Punkt jetzt hier überhaupt nicht fangen können. Wir wählen unseren Pfosten wieder ab, zoomen einmal zurück und schauen jetzt noch eine weitere Möglichkeit an. Ich sage wieder auswählen und nehmen mal die Pfette hier, nehmen wir diese hier zum Beispiel. Wir wählen noch diese hier und wir wählen noch diese hier. Man kann also beliebig viele Bauteile wählen. Ich sage jetzt Maus rechts für Ende. Und die erste Pfette, die bestimmt die Arbeitsebene. Auch hier haben wir wieder zwei Stück, eine vertikale, eine horizontale. Aber die übrigen Bauteile, die ich noch dazu wählen kann, die vergrößern entsprechend die Clipbox. Zur Größe der Clipbox kommen wir gleich noch mal. Ich sage wieder abwählen und wir nehmen hier wieder, wir wählen hier wieder unseren Pfosten. So, haben jetzt hier die Arbeitsebene von diesem Pfosten. Und wir haben hier noch einen Wert hier unten, über den wir noch nicht gesprochen haben. Clipbox Offset ist jetzt auf einen Meter gestellt. Ich ändere mal auf zwei Meter. Und dieser Wert vergrößert die Clipbox um unseren Pfosten drumherum. Also können wir hier jederzeit die Größe der Arbeitsebene und die Größe der Clipbox über diesen Weg hier bestimmen. Ansonsten können wir die Größe der Arbeitsebene wie jede andere Arbeitsebene auch verändern oder auch überhaupt die Einstellungen dieser temporären Arbeitsebene beliebig verändern. Wir können hier auf die Rastereinstellungen gehen. Wir können hier die Größe verändern. Wenn wir das wollen, wir packen uns hier einfach den Pfeil und verändern die Größe auf allen Seiten, wie wir das gerne hätten. Zwei Meter, ein Meter. Ja, also wir können diese temporäre Arbeitsebene relativ schnell wählen. Wir können sie aber auch wieder abwählen. Wir können sie beliebig weiterverarbeiten, verändern, wie wir das von anderen Arbeitsebenen auch können. Wir haben jetzt hier unseren Pfosten wieder gewählt und schauen jetzt noch eine weitere Sache an, die wir mit diesen Arbeitsebenen machen können. Ich zoome hier mal etwas näher ran und lege mal die Arbeitsebene hier in die vordere Fläche unserer Pfette. Ich sage hier parallel versetzen, wähle hier einen Punkt. Jetzt hilft es mir ganz gut, dass ich diese Schnittkante hier wählen kann und jetzt habe ich die Arbeitsebene hier nach vorne gelegt. Noch ist es immer eine temporäre Arbeitsebene. Ich schalte jetzt mal die Bauteile an unseren Blechen hier weg. Das hier kann weg. Ja, das reicht schon. Das hintere Blech, das sehen wir gar nicht. Das ist so wunderbar. Und jetzt zeichne ich mal in unsere Arbeitsebene ein paar Linien rein. Ich wähle dazu die Zeichenfunktion Linie und wenn wir jetzt hier auf eine Kante drauf fahren, dann sehen wir, wie es zu erwarten war, die Punkte werden in die Arbeitsebene reinprojiziert. Und ich zeichne jetzt mal hier eine Linie außen um unser Blech drumherum. Das ist diese Linie. Dann brauchen wir noch mal diesen Punkt. und den da hinten. Jawohl. Und dann müssen wir noch einmal nach unten. Jawohl. Und Maus rechts. Jetzt habe ich hier die nochmal Maus rechts veränderte Funktion. Habe ich hier den Umriss des Bleches hier vorne in die Arbeitsebene reingezeichnet. Jetzt nehme ich die Funktion zum Versetzen. Nehmen wir hier 8 cm, weil hier ich möchte diese Ausschnitte hier machen. Dieser Steg ist 8 cm breit. Jetzt sagen wir hier Versetzen hier rein. Und wir versetzen diese Linie auch hier rein. Und wir versetzen diese Linie hier ebenfalls in die Mitte. Nein, jetzt haben wir auf die falsche Seite versetzt. Okay. Wir wählen nochmal unsere Linie. Wir müssen hier rüber. So. Und damit es etwas ordentlicher aussieht, machen wir hier auch noch eine Ecke rein. Eckausbildung Ecke. Das machen wir so. Dann diese hier. Und diese hier. So. Jetzt haben wir hier schon mal unseren Steg außen. Dann zeichnen wir nochmal eine Linie. 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 Von diesem Punkt auf den Mittelpunkt. Das habe ich hier so eingestellt. Diese Option. Und jetzt müssen wir noch einmal versetzen. Versetzen diesmal um 4 cm. Einmal nach außen. So. Und dann noch einmal diese Linie nach oben. Die könnten wir jetzt auch verschneiden. Aber das lassen wir mal. Wir lassen es so wie es ist. Zoomen vielleicht etwas näher ran. Und jetzt nehmen wir hier eine neue Funktion. Abschnitt. Ausschnitt. In dieses Blech hätte ich gerne einen Ausschnitt rein. Maus rechts für Ende. Startpunkt ist dieser Punkt. Dieser Punkt. Und dieser Punkt. Und dann nochmal dieser Punkt zum Schließen. Und schon haben wir hier unser Ausschnitt bekommen. Wir wählen das Bauteil nochmal. Wir nehmen hier Maus rechts für Ende der Plattenwahl. So. Dieser Punkt. Wir brauchen hier den Schnittpunkt. Der wird auch gefangen. Wunderbar. Und wir schließen mit diesem Punkt. So. Und jetzt haben wir hier die Ausschnitte in unsere Bleche rein. Aber was ist eigentlich noch passiert? Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Hier in der Gebäudenavigation haben wir immer noch die Arbeitsebene Bauteil von links. Das ist eine temporäre Arbeitsebene geblieben. Aber die vertikale Arbeitsebene hier vorne ist auf einmal zur festen Arbeitsebene geworden. Dieser Info-Bauteil in Klammer ist verschwunden. Das ist dadurch passiert, dass wir in diese Arbeitsebene Linien reingezeichnet haben. Es gibt zwei Möglichkeiten aus einer temporären Arbeitsebene eine feste Arbeitsebene zu machen. Und zwar einmal indem man reinzeichnet. Also durch das Reinzeichnen der Linien ist aus dieser Arbeitsebene eine feste Arbeitsebene geworden. Alternativ kann ich auch an die Arbeitsebene gehen. Wir nehmen mal diese hier. Ich sage hier Maus rechts. Ich sage Attribute ändern. Und gebe dieser Arbeitsebene jetzt eine Nummer. Ich sage hier 2 und nenne das zum Beispiel Pfosten von links. Also ich wähle eine Nummer oder ich ändere den Namen. Und in dem Augenblick wird auch aus dieser Arbeitsebene eine feste Arbeitsebene. Und so kann ich sehr schnell aus einer schnell erzeugten Arbeitsebene über ein Bauteil auch feste Arbeitsebenen machen, die mit der Bauwerksposition wie gewohnt gespeichert werden. Und so kann man eben sehr schnell Arbeitsebenen anlegen. Einmal dort temporär, danach wieder entfernen oder um daraus dann feste Arbeitsebenen zu machen. Und so sollte das Arbeiten mit Arbeitsebenen und mit der Clipbox nochmal um einiges schneller werden. Viel Erfolg mit den Arbeitsebenen und der Clipbox. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.